Nach dem großen Komet wird die große Nation durch Erdbeben, Stürme und große Wasserwogen zerstört werden, was viele Plagen verursachen wird. Der Ozean wird auch viele andere Länder überschwemmen, sodass alle Küstenstädte in Angst leben und viele werden zerstört, denn in keiner dieser Städte hat eine Person nach den Gesetzen Gottes gelebt. A Prophecy by St. Hildegard of Bingen, Germany, 12th century A.D. Have hope in God and do penance. Mon esprit s'égare et mes yeux s'obscurcissent à la vue de cet effroyable cataclysme. Mais, me dit l'esprit, que l'homme espère en Dieu et fasse penitence, car le Seigneur tout-puissant et miséricordieux et tirera le monde du chaos et un monde nouveau recommencera. Excerpt from the Prophecy of Prémol, written by a French Christian monk in the 5th century A.D. thou shabber ninguém. Excerpt from the 9th century A.D.